Yo, Joel, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Hab Spaß, mein kleiner Junge. Wir sind Welt 4 oder Insel 4, whatever. Level 6. Koralli... Koralligalli. Ladevorgang. Ich muss mir weiter jetzt... So, was ist hier? Wie sind Donkey Kong? Ich bin wundert es. Was ist das hier? Zack, zack, zack. Puzzleteil bekommen, weil wir alle Bananen haben. So, was gibt es hier so? Was gibt es hier so? Den machen wir plattigen. Den auch noch. Zack. Ein bisschen Luft holen. Ah! Glück gehabt. Und durch. Mal schön alles einsammeln. Was ist das denn hier? Okay. Ja, wir brauchen Luft. Warte mal. Kann man da rein? Ne. Das war jetzt so aus. So. So, was müssen wir hier machen? Wir müssen wieder drehen oder wie sollen wir erstmal alles ein? Ey. So, da oben noch. So, da oben noch. Was passiert jetzt? Ah, jetzt werden die weggedings... Ah, meine Leben! Ah! Mein, mein Dings meine ich meine Luft. Ball dich! Oh, mein Gott. Noch ein Leben. Aufpassen. Minko Leben raus. Oh, mein Gott. Ich brauche ein Herz. Ich wette, wenn ich hier alles einsammle... Kommt auch ein Puzzleteil. Aber ich glaube, ich habe es hier schon verkackt in der hinten. Ja, doch. Könnte ich noch. Aber jetzt, 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 jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein AP! Ne, den kriege ich nicht. Scheiß drauf. Egal. Oh, muss jetzt noch einer kommen? Ne, wie viele kommen denn da? Also, wie viele Bananen? Vielleicht stimmt es doch nicht, was ich gesagt habe. Wow. Wow. So, da gibt es Luft. Aber so. Da oben ist das Karmel. Ja. Das wollen wir natürlich haben. Dazu machen wir den aber mal platt. Also Buchstaben habe ich bisher fast in dem Level sofort eigentlich beim ersten Run immer alle gehabt. Also so zwei oder dreimal. Ich... Oh, oh, oh. Leben haben wir ein bisschen nach oben überruft. Haben wir schon. Ah, da ist noch irgendwas. Hey, hallo. Oh mein Gott. Hä? Hä? Na, ich bin ja. Du bist so. Und da? Hä? Hä, Digga? Wieso? Das muss gehen. Ah, weiß ich nicht, was es geht. Äh... Hä? Wie komme ich da hoch? Hm. Hm. Ja, weiß ich gerade ehrlich gesagt. Was denn? Ne, bringt ja nichts. Ne, weiß ich nicht. Hm. Dann weiß ich nicht, wie ich da gekommen bin. Ach, Digga. Ich schwöre. Ich denke, ich habe immer Doppelsprung. Ich denke, ich habe Doppelsprung in diesem Game. Ich weiß nicht, warum ich manchmal denke. Ich denke immer, ich habe Doppelsprung. Warte mal, jetzt weiß ich nicht, wie ich da hinten links hochkomme. Da habe ich nämlich schon die Kiste da rechts gesehen. Ach, Digga. Äh... Und zwar brauche ich... die Tussi. So, und jetzt müsste ich es eigentlich schaffen. Ja. Ja, okay, gut. Jetzt habe ich zwar keinen Doppelsprung, aber so ein bisschen mindestens. Muss hier noch irgendwas nicht. Tschüss. Oh nein. Da liegt was. Also, ich fühle die unter Wasser Level gar nicht. Machen echt wenig Spaß. Ich bin lieber in der Oberfläche. Fühle ich wirklich überhaupt nicht. Ich gehe mal einmal rum, ob ich da... Ah, guck, siehst du, da oben ist nämlich was. Ne, doch nicht. Ja, okay, da hinten sind Bananen. Oh, scheiße, meine Lieben. Nein, ich... Achso, da drinnen ist immer Luft, oder was? Ah, nein. Aua. 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 Fuck. Hm. Oh, ich bin so einer als Kopf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr gut, mein Junge. So, was ist hier? Manchmal kommen Bananen raus, manchmal kommen diese Fischkappe raus. Aua. Glück gehabt. Boah. Hä? Achso. Wie ist jetzt der Nächste? Verkackt. Digga! Hier stimmt aber auch manchmal wie so ein Ochse. Wohl ein Affe ist. Dann kommt das Nächste. Achso. Egal, wie hier. Wie gesagt, auf 100% haben wir eh am Ende alles und eh jedes Level normal. Die sind das kleinste. Ach scheiße, das wollte ich gar nicht. Wow. Oh. Hm. 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 Hä? Das war jetzt Zufall? Das habe ich null gesehen. Das hätte ich niemals gesehen. Das war jetzt Zufall, dass ich da reingekommen bin. Scheiße. Nein. Das ist so schlecht. Na, schaffe ich es? Ich habe es doch gar geschafft. Jetzt gucke ich daneben, Alter. Sehr gut. Hier ist das nächste. Der nächste Buchstabe. Kong. So weiter. Ah! Oh mein Gott. Oh, scheiße. Meine Luft. Das Herz nehme ich mir noch mit. Ah, da haben wir sogar Luft durchbekommen. Äh, warte. Nein, noch nicht. Ich weiß wahrscheinlich. Ich gucke hier sonst mal. Was? 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 Chill mal. Ah! Oh mein Gott. Ah! Das kommt ja von oben. Hallo, gib Gas. Okay, die Buchstabe. Scheiß drauf. Durchziehen. Blocken. Nach unten. Oh mein Gott. Schnell. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Ah! Nein, jetzt bloß die Sterben vom Ziel. Scheiß auf die Münzen. Wir müssen eh nochmal... Aber man kriegt echt viele Leben, ne? Ich hab 99. Mehr geht gar nicht. Auch wieder ein Level geschafft ohne einmal... Ne, ich bin einmal am Anfang gestorben, oder? Und der End-Boss schon wieder. Ne, doch nicht. Doch, Bosch. 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 Ja, der gute alte Bosch. Fischen Chips. Bosch. Nein, der Boss. Let's go. Let's go, Motherf... Mother, Motherf... Juhu! Juhu! Ist hier noch irgendwo was? Ich muss immer alles gucken. Oh mein Gott. Ach so, weil's ein Boss ist. Ja, dann nehme ich immer die Tussi hier, ne? Weil die mich nochmal so... Einmal so hochfliegen kann. Oh nee, kein Unterwasser-Boss, ne? Mach keine Scheiße, Dickie. Gar kein Wort drauf. Oh nein. Ich hasse Unterwasser. Schon bei Mario damals... Wie blächen das mal ab hier? Oh nee, Dicker, das... Was, du Scheiße? Was will er denn? Ich will fett... Aua! Hey, oh mein Gott! Was wollen wir denn machen hier? Erstmal alles ausweichen, oder was? Wie, ich hab keine Leben. Ähm... Hä? Ich sind... Da... Ey, 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 übertreib nicht! Ich hab wieder Luft. Er ist bewusstlos! Dein in der Marsch! Ah, okay, Scheiße. Okay. Ich muss dann mal hinten, wo er keine Stacheln hat. Und jetzt wieder, wieder pusten. Ah! BAM! Einmal mit dir, Junge. Geh weg von mir! Ey! Oh mein Gott! Alter, ist das immer knapp. Er will wieder zum Angriff. Ey! Alter! Ja, dreh dich, dreh dich! Wieso ich dich nehmen! BAM! Dritte Mal! Oh, wie aufpasst man denn wieder? Das ist heute die Frage. Was flippt da richtig aus? Oh, Scheiße! Hab ich nicht aufpasst. Oh, fuck! Oh, fuck! Ich brauch Luft! Ich brauch Luft! Leute, ich brauch Luft! Wo kommt Luft? Es kommt nichts! Was soll ich machen? Hä? Hä? Ich hab jetzt irgendwie wieder Luft gekriegt, keine Ahnung, warum. Oh, Scheiße! Oh mein Gott! Ey, ich hasse diese Controlling unter Wasser, ne? Jetzt kommt er gleich wieder angepupst. Oh mein Gott! Ey, ich dachte, er ist schon schwindelig! Scheiße! Hallo, wo springe ich hin? Ey! Ich schwöre bei Gott, er hat selber gesteuert. Er hat selber gesteuert. Oh, Digga, aber das hasse ich. Das macht null Spaß. Ja, das müssen die auch beim Testen auch sehen, ey. Das macht wirklich null Spaß. Unter Wasser. Es ist so schlecht. Es ist wirklich schlecht, die Steuerung. Unter Wasser. Es ist echt schlecht. Das müssen die Entwickler doch auch mal selber spielen und merken, dass das Müll ist. Ja, genau. Also, ich mach drei, vier Versuche. Mehr mal, öfters mach ich das nicht. Dann geht's halt ich, äh, das Game. Gar keinen Bock auf die Unterwasserscheiß. Nein! Ich wollte ihn noch nehmen, aber hab's verkackt. Ja, scheiße. Das ist natürlich jetzt schon mal einmal, was gefehlt. Ach, Mann! Ich bin so los. Ich bin so los. Richtig. Jetzt fallen da sogar Dinge ab. Jetzt ist es sauer. Mal wieder. Nein! Oh, mein Gott. Knapp. Ich krieg wieder keine Luft. Ich seh aber auch wieder keine Luft. Alter! Oh, mein Gott. War das knapp. Das war's. Ich Madame. Übertreibt nicht, Yu. Ich mach hier mal dieses Ulti. Mir geht doch alles kaputt, oder? Ja. Ah, ah. Ich brauch jetzt aber wieder Leben, sonst bin ich jetzt am Arsch. Ah, immer dann kriegt man was, oder nicht? Ja, wie viel, viel lang hält der aus, Alter. Lass es mich jetzt nicht einfach schaffen beim zweiten Versuch. Oh mein Gott, er saugt sich noch mehr auf! Er dreht voll durch! Äh. Oh mein Gott. Kann ich ihn hier treffen? Nee, kann ich nicht. Scheiße, ich dachte, ich kann ihn da treffen. Weil er da diese Fahne hat, aber anscheinend muss ich einfach nur überleben. Bis er sich wieder... Fuck, fuck, fuck! Noch zwei Leben. Ja, komm her, komm zu mir, Digga. Nein! Ja! Bitte, bitte tot, bitte. Digga, er lebt immer noch. Er lebt einfach immer noch. Ah! Äh! Ey, wieso hat das sich geklappt diesmal? Ach nein! Nein! Oh mein Gott, meine Lieben! Oh mein Gott, da ist ein Herz! Ah! Ja, 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 ja! Oh, das muss reichen jetzt. Mein Gott, das gibt's doch nicht! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will es... Ah! Oh Mann, Mann, Mann. Oh Mann, Mann, Mann. Und ich hab wieder keine Leben. Und ich weiß nicht, wo ich... Ich muss dich jetzt treffen, sonst bin ich tot. Dreh dich! Leben! Ja! Oh mein Gott! Kleiner Ruch, so kriegst du mir die Fresse, du bist gewohnt! Oh mein Gott. Oh! Also, aber das hat echt null Spaß gemacht. Also, unter Wasser. Ekelhafte Steuerung, Alter. Boah, komm, ich schwitzen, ey. So, 5. Insel. 5. 1. 4. Phantasia. Oh mein Gott. Ja, komm. 1 machen wir noch. Oder 2. Oder 3. Ne, 1. 1 oder 2. Komm, noch an, wie schön das Level jetzt hier ist. Hab so, es hat nichts mit Wasser zu tun. Dann ist okay. Aber sieht nicht so aus. Oh nein! Da war doch schon wieder ne Dings. Äh, mit dem Waggon fahren. Die Sachen liebe ich ja eigentlich. Aber die sind doch echt schwer. Ist es echt mit Waggon fahren? Ne, es ist irgendwas anderes hier. Eieieieiei. Eieieiei. Äh, warte. Scheiße. Jetzt hab ich... Na egal. Ähm. Okay, die holen da so Dinger raus. Ey, die greifen. Hä? Scheiße, wofür waren wir das Fass jetzt? Zack, einmal rüber. Alter, da war so weit ein Fusilteil drin. Warte mal. Ähm, wir nehmen... ...wieder die Tussi. Äh, wir kommen wieder hoch. Gut. Boah. Okay, alles noch easy. Da oben ist so eine Dings, die was spuckt. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten... Ist es eher hier? Achso. Das haben wir einfach natürlich alles ein. Wahrscheinlich ein Puzzleteil. Obwohl, ne. Puzzleteil nicht, glaub ich. Doch. Guck mal hier auf seine Fresse. Guck mal auf seine Fresse. Oh shit. Scheiße. Oh, da oben war was. Oh mein Gott. Was für ein Safe. Was für ein Safe, Digga. Jetzt sind wir die letzte Bananen aber auch noch mit. Was für ein Safe, Diggi. Jetzt hier. Sehr gut. Ah. Hä? Oh. Macaroli, Macaroli. Ey, ey, ey. Man kann alles einsammeln. Oh mein Gott, ist das zu schwer. Alter, was haben die sich denn einfallen lassen? Ah. Wir bleiben mal noch. Dreimal kommen jetzt noch mal Bananen. Oh shit. Und jetzt kommen nur noch die Dinger. Anscheinend. Einmal rüber. Oh mein Gott. Gut, dass ich die Gleite wunderte. Ich dachte schon, ich war kackst. So, wieder was mit dem Ding hier. Oh nein, Digga. Wie soll das? Also jetzt mal ehrlich, wie soll? Oh. Scheiße. Ich wusste nicht, dass das da runterfallen kann, wenn ich nach ganz rechts mache. Weil eben ist es stecken geblieben. Diesmal nicht. Scheiße. Aber gut, so viel haben wir jetzt nicht verpasst. Die Dinger sammeln jetzt nicht nochmal einen. Ja, guck mal, hier ist ein Stopper. Hier bleibt er stehen. Und eben nicht bei dem. Deswegen war ich ein bisschen gerade überrushed. Aber dann schaffen wir das, glaube ich. Ja. Äh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Jetzt, 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 jetzt. Stopp, du kleine. Ja, dann, dann mal weiter. Ah. Oh mein Gott. Stopp, 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 stopp. Digga, was ist das für ein Level, Mann? Ich will wieder unter Wasser haben, ey. Holy macaroni, Alter. Hier rein. Oh Mann, ey. Ich bin aber auch gut, verdammte Scheiße. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Digga. Ich glaube, diesmal wird's nichts. Obwohl, ich muss eigentlich nur noch hier. Ja, perfekt. Wird doch was. So, weiter geht's. Hä? Wie soll ich denn die Münze da kriegen? Weiß ich nicht. Oh, ich brauche. Ja, zieh durch. Digga. Was ist das? Oh, oh. Die Dinger gehen weg. Ich muss warten. Ey, ey. Oh mein Gott, zieh durch. Zieh durch. Zieh, Junge. Du bist so langsam. Oh nein. Hä, wie schnell? Hä? Wieso? Wieso fährt der manchmal schnell und manchmal langsam? Was? Von hier? Ich hasse es. Hä? Treibt nicht, Alter. Guck mal, ist das schnell mal langsam. Wieso war der denn jetzt eben so langsam? So, jetzt können wir aber ein bisschen schneller durchziehen. Ah, obwohl, das brauchen wir ja wieder. Weil, wie gesagt, die Puzzleteile werden übernommen, wenn man eins hat. Aber die Dings nicht. Die braucht man alle in einem Run. Oh mein Gott. Ey, diese Giftspur, ich seh das doch nicht, Mann. Mensch, das Kind, das ist noch eins, ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt kommt wieder diese Scheiße hier. An den noch nicht. Ja, doch. Ja, schnell, schnell, schnell. Digga, er macht langsam mal das UCM Bolt, Alter. Nein, jetzt krieg ich das da unten nicht. Nein. Ja, ich muss eh nochmal irgendwann alle levelen. Scheiß drauf. Digga, verkackt. Ey, da oben ist eine Puzzletzeile. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Ja, ist ja gut. Habe ich nicht gesehen. Ah, jetzt habe ich wieder keinen. Digga. Hä? Oh. Knappe Wurst, Alter. Oh, nein. Digga. Ja, jetzt habe ich diesen einen kackten Buchstaben nicht, ey. Ach, Digga. Ah, ich wette, da kriegt man ein Puzzleteil. Da bleiben wir jetzt nochmal. Ich wusste es. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, ich fühle mich so unwohl, wenn ich keinen Doppelsprung habe, ne? Hä? Hä? Okay. Aber das Level war ganz cool. Ja, das sind einige N. Hätte ich haben können, wenn ich mich... ...noch mal fallen lassen und dann irgendwie nochmal probieren. Das kriegen wir dann schon nochmal hin. Ach komm, ein Level machen wir noch. Aber es macht auch echt einfach Spaß. Es ist nicht zu leicht. Es ist aber auch nicht zu krass unfair. Es ist genau... ...mein Pro-Dings. Oh, ich habe Pro. Immer Hunger, der Junge. Aber jetzt machen wir noch Zuckerfass zum Abheben. Let's go. Ich wollte gerade sagen, es ist kein Level mehr, wo ich nach links laufen muss, ne? Aber jetzt mal wieder ein verstecktes Ding, weil man es fast vergessen hätte. Aber nicht bei mir. funktioniert. Ja ich konnte. Ja ich bin. Ja, da muss ich anscheinend rein. Hä? Da ist das wieder was, wo ich hier drücke. Ah, diese Geschicklichkeitssachen. Immer drücken zum Hoch. Loslassen zum Grund. Oh mein Gott. Das sind aber eigentlich die geilsten Level, aber auch übelst fies manches Mal. Aber eigentlich bin ich gut und sowas. Hä? Ansicht wechselt? Tigger! Nein, unten das Dings. Unten das K schon verkackt. Ey, was will enden jetzt? Verpiss dich. Verpiss dich. Oh, scheiße, ich bin mir getroffen. Oh, nein, ich... Ah! Mann! Oh nein, immer von da. Man muss es jetzt komplett einmal schaffen. Alter. Guck mal, wie er sich freut auf seinen Schlitten da, Alter. Ja, aber ich steuere dich, du Kleiner. Du freust dich nur wie so ein Affe, weil du ein Affe bist. Affe. Das erinnert mich an A-Fan. Ich vermisse. Unten. Ah, jetzt haben wir das K. So, jetzt macht er erst oben, ne? Oder? Er macht jetzt einmal oben. Und jetzt muss ich schon hoch. Jetzt muss ich schon wieder runter. Jetzt schießt er mich irgendwelche Pinguine in die Fresse. Ah, nein, geht um mich aus dem Weg. Da unten war ein Leben. Er springt hoch. Nein! Da vorne war ein Checkpoint gewesen, Mann. Das kippst doch nicht, ey. Meine Augen trocknen immer aus, wenn ich das spiele. Weil man sich so konzentrieren muss. Was? Da bin ich noch nie gegen gegangen. Ach, komm. Ja, mit einem Leben schaffe ich es. Dann muss ich jetzt das Leben holen. Scheiße, auf den Buchstaben. Erst mach da oben. Jetzt muss ich hoch. Jetzt muss ich runter. Jetzt muss ich senne. Ah! Oh mein Gott. Der kleine Pinguin springt. Ja, scheiße. Es ging noch nicht. Aber egal. Nehmen wir den Checkpoint. Oh! Oh nein. Oh nein. Ah! Oh mein Gott. Was ist denn jetzt mit seinem Pinguin hier? Ey, ey, warum? Was machst du? Oh mein Gott. Uh. Uh. Alter, ey. Das ist unglaublich. Ey. Übertreibt mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Manchmal weiß ich selber nicht, warum ich so gut bin. Ich weiß manchmal selber nicht, wirklich. Nein, keine Presse. Keine Messer. Ohohoho. Er schon wieder, Alter. Oh mein Gott. Aua. Nein. Nein, ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein Leben. Ah. Ah. Hä? Hä? Also da habe ich jetzt aus dem Flickwinkel gar nicht gesehen, wo ich hin sollte. Hat irgendwer anders gesehen? Okay, von hier geht aber noch. Obwohl, ich kann schon weit, ey. Aber wo? Wovon hätte ich da jetzt eben lang gemischt? Hier ist die Sicht clear. Hier sehe ich alles. Ah, ich bin so dumm. Nicht von hier. Hä? Also die Sicht ist sehr komisch. Also die Sicht da mit den Früchten ist sehr komisch. Bei mir saß hier so ein wenig mittendrin wohnen. Ganz komisch. Mann, ey. Da, wo diese Dinger immer runterfallen, ist mega schwer. Okay. Hier jetzt. Also der erste ist... So, hier sehe ich gar nichts. Oh mein Gott. Haben wir es echt geschafft? Oh Mann, ey. Hey, ich will gar nicht aufhören, ne? Es macht soo wirklich Spaß. Auch wenn Frust dabei ist. Aber ich schaff's ja immer. Also, ich schaff's ja immer. Ja. Also, ich schaff's ja immer. Oh Mann. Oh Mann. So. Oh Mann.